Wir haben eine TV-Premiere für Sie, das erste Mal im Fernsehen. Vielleicht haben Sie schon den neuen Katalog, wunderschön. Das ist ja gerade aus der Presse, der riecht noch neu. Okay, schauen Sie mal, was wir hier haben auf Seite 48, hier haben wir es. Eine neue mobile Mini-Full-HD-Überwachungskamera. Die wollen wir Ihnen heute mal vorstellen. Ich war wirklich begeistert, als wir die heute Morgen ausgepackt haben. Das ist ja immer so, mit neuen Produkten ist es mit Ihnen wahrscheinlich genauso. Sie gucken erst mal in den Katalog, was gibt es denn Neues. Und wenn wir dann das erste Mal das Produkt in der Hand halten, sind wir immer ganz begeistert, was da wieder Neues reingekommen ist. Schau mal hier, die Kamera ist im Katalog fast größer als in der Realität. Ich habe gerade versucht zu sagen, das ist also fast in der Originalgröße abgebildet. Aber genau so ist es. Und das, was ich hier in meiner Hand halte, ist zugegebenermaßen Kamera plus Halterung. Das ist die eigentliche Kamera. Und die ist ungefähr so groß, man kann es sagen, wie so ein haushaltsüblicher Eiswürfel. Ja, die ist wirklich kleiner als im Katalog abgebildet. Die ist winzig klein. Und genau so eine Kamera möchten Sie natürlich haben, wenn Sie mal unauffällig ganz einfach eine Innenraumüberwachung durchführen wollen. Und ich glaube, das Thema ist bei unseren Kunden doch sehr, sehr verbreitet. Der eine oder andere hat vielleicht dann doch ein paar Wertgegenstände zu Hause, seien es ein paar Erbstücke beispielsweise, Bargeld, schöne Bilder, Teppiche oder sowas alles. Und da möchte man natürlich sicher gehen, dass all diese Gegenstände auch dort verbleiben, wo sie hingehören, nämlich in Ihrem Eigentum dort, wo Sie sie platziert haben. Das kann man nicht unbedingt immer garantieren. Wenn man aber eine solche Kamera hat, vielleicht ganz einfach mal zu Überwachungszwecken, gerade eine Kamera wie diese jetzt hier, ist vielleicht dann, wenn mal was passieren sollte, dann ist es doch wesentlich einfacher, denjenigen dann vielleicht doch mal zur Rechenschaft zu ziehen. Die Kamera, wie gesagt, ist ungefähr so groß wie ein Eiswürfel, hier sehen wir es mal. Ja, und ist mit allen möglichen Highlights ausgestattet. Fangen wir mit der Aufnahmequalität an. Wir dürfen also hier von einer Full-HD-Qualität sprechen. Das bedeutet, die Aufnahmequalität ist wirklich absolut brillant. Du siehst jedes kleinste Detail. Das hat also hier mit der Größe der Kamera überhaupt nichts zu tun. Mittlerweile ist die Technik so weit vorangeschritten, dass eben auch in einer solchen kleinen Kamera eine entsprechende hochauflösende Qualität zu erwarten ist. Starker Akku ist drin, kann natürlich mit USB-Dauerstrom versorgt werden, klar, wenn Sie die mal etwas länger stehen lassen möchten. Aber wenn Sie den Akku einmal vollladen, können Sie bis zu vier Stunden Daueraufnahme durchlaufen lassen oder die Kamera sechs Monate im Standby-Betrieb betreiben. Sechs Monate? Sechs Monate ist wirklich beachtlich. Ey, Carsten, wenn ich daran denke, wie groß früher Videokameras waren. Ja, das war wirklich krümmert. Und ich fand die schon klein, wenn man die so mit einer Hand bedienen konnte. Ja, ja. Das ist unglaublich. Eine Videokamera in Full HD mit einem Akku, der sechs Monate hält? Sechs Monate. Sechs Monate. Jetzt muss man das ein Stück weit relativieren. Die Kamera kannst du natürlich auf Dauerbetrieb einstellen. Das heißt, du stellst sie hin, machst sie an und die nimmt auf. Jetzt gibt es aber noch eine andere Möglichkeit und das ist der Bewegungsmelder. Auch hier haben wir aufgrund der wirklich erstaunlich kleinen Größe einen Bewegungsmelder verbaut. Das heißt, die Kamera würde nur dann auslösen, wenn Bewegung im näheren Einzugsbereich dieser Kamera passiert. Das heißt, für die Innenraumüberwachung nur dann, wenn jemand den Raum betritt oder wenn sich irgendetwas in diesem Raum bewegt, dann würde die Kamera automatisch mit der Aufnahme starten. Das heißt, wenn du hier auf Bewegungsmelder schaltest und jetzt nur den Akkubetrieb zulässt, wäre es ohne weiteres möglich, die sechs Monate also auch nochmal deutlich zu verlängern, weil die Kamera ja nur dann Strom braucht, wenn sie eigentlich aufzeichnet. Übrigens kann sie nicht nur tagsüber hervorragend in gestochen, scharfer Farb, Full HD-Qualität aufzeichnen. Natürlich funktioniert das auch in der Nacht. Die Nachtsichtfunktion ist ebenfalls mit dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht ganz einfach mal ihr Hab und Gut zu Hause ein Stück weit überwachen wollen. Mitunter ist es auch ganz einfach mal so, dass man vielleicht mal einen jungen Hund dazugeholt hat, so eine Welt mit zwölf Monaten oder eine kleine Katze oder sowas. Und da möchtest du ganz einfach mal wissen, was machen die eigentlich in meiner Abwesenheit. Eine solche Situation hoffentlich wird niemals auf sie zukommen. Wir haben hier mal quasi so einen Einbruchsdiebstahl simuliert. Wenn es aber mal so weit sein sollte, können sie sich auf ihre Kamera zu 100% verlassen. Zum einen ist natürlich jetzt hier... Siehst du die Katze, die da einfach liegen bleibt? Das ist keine Wachkatze. Da saß eine Katze. Da saß eine Katze auf dem Sofa. Also wenn Sie einen vernünftigen Abschrecker haben wollen, keine Katze, kaufen Sie einen großen Hund. Wenn Sie eine vernünftige Videoaufzeichnung von dieser Situation haben wollen, dann entscheiden Sie sich bitte für unser neues Kameramodell. Wie sind Akkubetrieben, Full-HD-Aufzeichnungen, Bewegungsmelder und so weiter. Also das wirklich komplette Paket, was wir Ihnen hier anbieten dürfen. Übrigens nicht nur im Bild, sondern natürlich auch mit dem entsprechenden Ton. Das heißt, die Kamera verfügt also auch über ein Mikrofon. Das heißt, auch wenn im Raum gesprochen wird, wenn Geräusche entstehen und so weiter, nimmt die Kamera das ebenfalls auf. 110 Grad Weitwinkel haben wir. Das heißt, hier nicht einfach nur der schnöde Blick auf den Tisch oder auf das Sofa oder auf die Tür, sondern der ganze Raum wird überdeckt, überdacht, überwacht, was wir hier gerade schön gesehen haben. Und ich war mal so frei und habe ganz einfach mal eine kleine Überwachungssimulation für Sie kreiert, damit Sie mal sehen, wie unauffällig eine solche Kamera sein kann. Schauen wir mal hier bei uns im Regal. Machen wir mal ein Suchbild. Da unten drin, einfach unters Buch gestellt. Tada. Die sieht man nicht. Das sieht doch kein Mensch. Das sieht kein Mensch, wirklich. Ja. Das Buch steht falsch rum, okay. Das wäre vielleicht ein Ding. Habe ich das falsch rum hingestellt? Macht aber nichts. Du siehst es wirklich nicht. Ich habe von oben geguckt, da war das für mich richtig. Stimmt. Manchmal bin ich eben blond. Liebe Zuschauer, Sie kennen das wahrscheinlich. Vielleicht haben Sie auch ganz einfach mal Objekte, die Sie vielleicht nicht immer nutzen. Ein guter Bekannter von mir, der ist ein riesengroßer Oldtimer-Fan, hat zwei, drei ältere Fahrzeuge irgendwo in der Garage stehen. Nee, der Bruder meiner Freundin. So, der hat sich, also in den letzten Jahren hat er sich hier und da mal so ein Oldtimer, also so ein Schrauber, also auch mal dahingestellt. Ja gut, die stehen irgendwo in der Garage, unbewacht. Ja, und ich behaupte mal, diese Garage, die machst du aber mittlerweile, machst du ja die mit dem Daumennagel, machst du ja die auf. Und damit da eben, wenn mal was passieren sollte, vielleicht mal eine Kamera mitgelaufen ist, ist das genau das richtige Modell dafür. Vielleicht haben Sie auch ein Wohnmobil, was Sie vielleicht dann irgendwann mal so im Winterquartier mal stehen lassen. Auch da möchten Sie vielleicht mal eine vernünftige Überwachung dabei haben. Da ist so eine Kamera ganz einfach Gold wert. Übrigens die Halterung ist so eine Gnethalterung mit einem Kugelgelenk dran. Die kannst du auch ganz einfach mal über Kopf mal aufhängen, wenn du das möchtest. Ja, die Kamera funktioniert mit Akku, die können Sie überall hinhängen, vielleicht auch wenn Sie ein Wohnmobil oder einen Schrebergarten irgendwo haben. Das Ganze wird auf eine kleine SD-Karte aufgenommen, die stecken Sie einfach hinten rein, die bieten wir Ihnen natürlich auch hier noch mit an. So, und das sind 128 Gigabyte, das wäre das Maximum, oder Quatsch, das wäre noch nicht mal das Maximum für diese Kamera. Das geht bis 512 Gigabyte, aber ich glaube die 128 Gigabyte ist schon mal ein super Einstieg für eine solche Kamera, gerade über den Bewegungsmelder bis zu die 128 Gigvollers. Da muss also schon wirklich einiges an Aufnahme durchgehen, liegt bei knapp um die 20 Euro. Und es ist wirklich ein super Angebot, wenn Sie es komplett haben möchten, bestellen Sie sich die Karte am besten gleich mit dazu. Markenqualität, Klasse 10, das heißt die Menge an Daten und Videodaten sind viele, kann da auch schnell drauf geschrieben und gelesen werden. Das ist noch mal die Kamera, die wir Ihnen hier zeigen wollen. Wirklich so groß wie ein Eiswürfel, würde ich mal sagen. Und ich gehe noch mal zurück zum Schrebergarten. Also ich weiß, Freunde von mir haben Schrebergarten, aber du weißt nie, was da los ist. Und das hört man ja immer wieder, dass sowas dann eben auch mal vandalisiert wird. Vandalismus, dann hat da jemand übernachtet, der da nicht hätte übernachten sollen. Ja, dann wird was kaputt gemacht, dann wird die Kaffeemaschine rausgeklaut, die Stereoanlage rausgeklaut. Und in dem Fall möchten Sie wissen, was da abgegangen ist. So, der beste Akku ist irgendwann mal leer gelaufen. Deswegen bitte am besten gleich das USB-Netzteil mit dazu bestellen. Entweder für die Dauerstromversorgung oder ganz einfach, um den Akku wieder auf Vordermann zu bringen. 6,64 Euro für ein hervorragendes USB-Netzteil würde ich am besten gleich dazu bestellen. Die Karte und das USB-Netzteil können Sie natürlich für alles benutzen, nicht nur für diese Kamera. So ein Netzteil kann man immer brauchen, ist das meistvergessene Produkt in Hotels, finde ich einen ganz interessanten Fakt hier. Kommen wir noch mal zurück zur Kamera. Sie wissen selber, wofür Sie die brauchen können. Man kann die wirklich überall einfach unauffällig unterbringen. Die hat einen Akku, der läuft 4 Monate, 6 Monate, 4 Stunden Aufnahme. Gerade in so einem Schrebergarten würde ich die einfach mal irgendwo hinstellen. Die sieht kein Mensch und dann weiß ich auch, dass nichts passiert ist. Das ist ja auch immer ein sehr gutes Gefühl. Gerade mit so einer kleinen, unauffälligen Kamera wie hier unter dem Buch. Fantastisch untergebrucht. Ganz, ganz neu. Sie sind die ersten Zuschauer, die das bei uns sehen. Das ist die TV-Premiere. Sie haben praktisch Vorkaufsrecht. Und ich bin immer sehr, sehr froh, wenn wir einen neuen Katalog kriegen, weil dann kriegen wir immer neue Produkte. Das ist ein echtes Highlight. Also in der Größe eine Überwachungskamera habe ich so noch nicht gesehen. Mit der Qualität. Mit der Qualität. Mit dem WM-Mail, der Full-HD und Akku betrieben. Und Nachtsicht. Und Nachtsicht auch noch. Sie haben die Originalaufnahmen gesehen. Wir haben Ihnen die vorhin gezeigt mit unserer Wachkatze. Holen Sie sich diese Kamera. Das ist ein super Preis hier für nur 66,49 Euro. Viel, viel Spaß damit.